Norddeutscher Rundfunk 2021 Dann bin ich fertig. Ein Leben lang arbeiten stinkt mir. Ich will mich entspannen. Und ich erst. Wer ist ein guter Junge und verdient ein Leckerlis? Das gibt's doch nicht. Ich schufte sieben Tage die Woche rund um die Uhr. Und dieser Boße schleppt ein paar Latschen an und lässt es sich gut gehen. So will ich auch leben. Pluto, sei ein guter Junge und hol die Zeitung. Danke, Goofy. Hier hast du ein Leckerli. Ja, ja, ja. Gib's mir, gib's mir. Hey, gehen wir in den Park. Oh, Mann. Das ist ja großartig. Jetzt leben wir beide ein tolles Leben. Fang, Junge, fang. Braver, Junge. Und jetzt roll dich. Braver, Junge. Sag, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Mick. Oh, guter Junge. Sag, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Mick. Oh, guter Junge. Ein tolles Leben. Oh, oh. Zwei Latschen. Komm sofort. Keine Sorge, Mick, ich finde sie. Hey, zerfetz deine Latschen und schieb's deinem Konkurrenten in die Schuhe. Dann schmeißt Mick ihn sofort raus. So sei es. Pluto. Was fällt dir ein? Du bleibst draußen. Denk darüber nach, was du getan hast. Na schön, Pluto. Ich glaube, du hast deine Lektion. Ja! Oh, Junge. Wir müssen mit dir in den Hundesalon. In den Hundesalon? Verhätseln und vertätseln. Ich komme. Donner Wetter. Gleich kriegen wir eine weltklasse Massage. Super Idee, Kumpel. Pierre! Alarmstufe Rot! Oh! Schnell, schnell, schnell! Ab ins Bad! Bad? Wow! Wow! Hilfe! Wow! Zeit für die Entwurmung? Was? Keine Entwurmung? Das tolle Leben ist doch gar nicht so toll! Ich muss hier weg! Ha! Na dann will er wohl kein Leckerli! Er ist ein guter Junge! 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 Er ist gut-lament! Er ist gut! Er ist gut! Er ist gut.